Hey Lüglis, wenn man etwas genug fest will, dann passiert so. Träum weiter. Machen neue Kampagnen, trinken später Schlangen, immer innovieren, nie reklamieren. Meetings halten, um Workshops gestalten, viel zu lang weggehen und viel zu früh aufstehen. Zu wenig Pitche, aber Anglizismus, KPI, USB, Chansey und ein bisschen Narzissmus. Machen Präsentationen für Generationen, immer Pitche. Sorry, Chef, Gästenliste. Dritte Gnome Tag, Workload im Griff und auch Kampagnen starten. Brauchen ein Büro, doch jetzt ist noch ein E-Mail wiederkommen. Ich blieb noch ein Spitzlichter. Ich blieb noch ein Spitzlichter. Ich blieb noch ein Spitzlichter. Da in Wüte. Ich blieb noch ein Spitzlichter. Da in Wüte. Hey sorry, bist du der Bewerber? Nein, ich bin der Pitch Werber Ich habe durch den Prozess geko Alle Blocken sind angenommen Ich denke mal, ich gehe Und ich spüre ein Verlangen Nach dem Sturm in meinem Hirn Die beste Idee, meine Hey sorry, ist der Chef da? Nein, ich bin bei dem Chef da 10 Jahre zugenommen Performance nicht abgenommen Berat für den Bullshit Mit der Wendung am Sonntag 42 Stunden Mittag bis Donnerstag Freitag Nachmittag Workload im Griff Und noch Kampagnenstart Brauchen ein Büro Doch jetzt ist noch ein E-Mail wiedergekommen Ich blieb noch ein bisschen da Ich blieb noch ein bisschen da Ich blieb noch ein bisschen da Da im Griff Ich blieb noch ein bisschen da I blieb noch ein bisschen da Ich blieb noch ein bisschen da Dar im Bridge Äh, sorry, wie wird sich spät dran wieder wegen dem Job? Mein Name ist Werber, Pitch Werber.